Hm, das sieht interessant aus. Ist das wieder ein Jam? Bester Trick? Okay. Wo ist die lange Treppe? Da vorne, ne? Superstar! Du bist ein Superstar, wenn du so mit einem Skateau rausgehst. Das könnte man natürlich bei der großen Treppe machen. Wenn man den jetzt noch vernünftig landen würde, dann... ...wär das ganz nice. Aber so gut landen, äh, sieht anders aus. Oh! Ich lasse mir, glaub ich, das Board in den Fuß rein. Oh, das ist natürlich auch ne geile Idee, was der Typ da gemacht hat. Ohohoho, das tält ganz schön weh. Kann ich aufstehen? Ist der okay? Ich seh's von hier hin. Ich will das einfach machen. Bitte. Noch weniger als 10 Sekunden. Packt die Bälle aus. Packt die Bälle aus? Das war ganz schön hässlich, aber nochmal verbessert die Punkte. So, wenn dich wenigstens ein... Ja, du hast es geschafft! Du hast den Contest gewonnen! Yay! Ein Street King braucht eine Street-Krone. Krone vor allem. Ja, schön. Dann hätten wir den ganzen Street-Kram hinter uns. Dann können wir ja jetzt mit den Fotos weitermachen. Ähm, nee. Team-Promos, genau. Ähm, ja. Ich mach grad mal Pause, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir stürzen uns ins erste Werbefoto. Mal gucken, was es hier so gibt. Gibt's da auch Killen? Nee, scheint nicht so. Platziere die Kamera, schieße ein Foto. Puh. Weiß noch nicht so ganz. Oh, das ist ja ätzend. Wenn die alle so sind... Ähm, werd ich das überspringen, aber wir... ...machen das alles. Ich geh mal davon aus, dass das zweite genauso sein wird. Aber wir wollen ja alles machen, ne? Das ist das Problem. Guck mal hier, Plakatfoto. Das ist genau das gleiche. Du bist etwas zu nah dran. Na gut. Okay, dann werde ich euch ranschneiden, bis wir das Ganze hinter uns gebracht haben. So, ich hab jetzt alle gemacht. Also es gab drei verschiedene Sachen. Das erste habt ihr ja mitbekommen. Das war einfach nur so ein Foto für die Zeitschrift. Team Plakate war, dass man jetzt irgendwo hier in der Stadt, also an verschiedenen Punkten, kann man jetzt ein Plakat sehen. Da vorne ist eins zum Beispiel. Die werden dann irgendwo hier in der Stadt aufgewahrt, nenn ich's mal. Da... Ähm... In die Filme. Da mussten wir einfach nur... Zwei Tricks am Stück machen. Drei Tricks. Also bis zu fünf Tricks. Das kam dann irgendwie auf den Charakter darauf an, welch man das macht. Da wurde auch vom Spiel ausgewählt, also man konnte das nicht selbstbestimmen. Ähm... Aber da konnte man einen Kickflip... 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 Kickflip machen. Also... Nichts Besonderes. So habe ich euch ein bisschen Zeit erspart. Ungefähr zehn Minuten oder so. Ähm... Ja... Dann... Können wir... Gerade mal gucken. Da oben... Ach, da ist noch Teamfilm. Hä? Na gut. Dann mach ich die beiden noch. Warum auch immer. Waren eben nicht da. Machen wir dann grad schnell. Schneide ich euch auch nicht raus. Komisch, dass die eben grad nie angezeigt wurden. Dann müssen wir mal wieder warten, bis sie gespeichert hat. Das finde ich ein bisschen blöd, dass wenn... Die Anten speichern, dass man da nicht ins Menü wechseln kann. Aber das ging jetzt zum Glück relativ schnell. So... Sechs Tricks am Stück. Oh... 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 Das ging auch sehr schnell. Oh... Wir haben irgendein Goat-T-Shirt bekommen. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ein T-Shirt dafür bekommen. Das ist doch schön. So... Jetzt. Ähm... Death Race... Film... Ich guck grad nochmal durch. Ähm... Ich würd sagen, den Trendy Contest machen wir so als letztes. Oh... Ähm... Wir machen erst die Filme. Es sind ja nur zwei. Ähm... Ja. Killen. 360 über die Hörner. Tuck-Knee. Unterführung. Gap über die Brie... Wir machen das erstmal normal. Also erstmal rocken und dann... Killen tun wir dann direkt danach nochmal. Ist das das? Oh, das wär so geil, wenn das mit viel Speed wär. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ach du heilige Scheiße. Das ist ein echt ziemlich guter Spot hier. Zieh lieber deine Achsen nochmal fester. Schön. Mit viel Speed. Wir sind soweit. Ja. Dann machen wir mal... Erstmal nur killen. Das sieht so meine Liebe aus. Oh, 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 oh. Zack. Was war denn da? Bin ich jetzt zu früh abgesprungen? Oder... Ich weiß das nicht mehr. Oder muss man abbremsen bis dahin? Mit Abgang ist das, glaube ich, ganz gut. Und hier hing es, glaube ich, immer dran. Dass ich da nicht rübergekommen bin. Oder wir müssen so quer drübersprungen bei dem Speed, hm? Okay, immer weiter so. Aber das hätte, glaube ich, gepasst. Hey, was war'n das eben? Oh, 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 das tat weh. Ach komm, ich will den jetzt schnell rocken, damit wir den endlich killen können. Muss ja nur mal gucken, wie's im Takt nie geht. Warum gehst du da immer dran? Warum musst du in den Laden? Ich springe ungefähr da ab, wo dieser blaue Balken ist. Oh, nice! Na, 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 na! Ja, wunderbar. Okay. Hätten wir das schon mal gerockt. Okay, ziehen wir's uns mal rein. Das war aber auch knapp am Ende, würde ich sagen. Und wir möchten das ganze Ding jetzt noch machen. Rucken. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Aber auf jeden Fall Film. Da oben ist es doch. Da. Grabenhitz. 360 über die Hörner. Takt nie über die Unterführung. Also 360 ist ja easy. Und Gapper, die Brücke ist einfach nur... Okay. Müssen wir mal gucken, wie ein Takt nie funktioniert. Das ist, glaube ich, einfach nur irgendwas getweaktes. Glaube ich. Ach du heiliger Scheiße. Ja, das haben wir eben schon mal gesehen. Hallo. So, Moment. Ein Grab. Grabtricks. Doch, ein ganz normaler, ne? Da. Ne. L2 unten nach rechts. Es kann losgehen. Ich bin eigentlich immer gewöhnt, die Grabs mit... mit rechts zu nehmen. Nicht mit links. Alter, ist aber auch weiter. Ich mach mal lieber nur ein 360, weil ich glaube... Steh auf, das war nicht so schlimm. Mehr reicht... Äh, mehr macht er nicht. Wenn er mich so nicht an... Ja. Ja. Es war auf jeden Fall ein Takt nie. Falls überhaupt so ausgesprochen wird. Ich glaube schon. Oh, wir brauchen einen Krankenwagen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Ich glaube, ich nehme doch wieder die. Die andere Seite. Nein. Nop. Oh, echt gut. Komm, ey, diese dumme Dreckswand da an der Seite, ne? Oh, das sah ja übel aus.